Okay, Leute, es geht weiter! Sehen wir mal, was jetzt auf uns kommt. An wen habe ich da vorhin erinnert? Kairi war es? Kairi war es nicht so. War da noch wer? Wie hieß sie gleich wieder? Ich weiß, es war... Es war... Zora, hör endlich auf damit! Was? Komm schon, du willst doch Riko den König finden, oder? Ja, aber klar doch. Hm, okay. Verflixt, es bleibt mir noch dazu. Alles Donald Schultz, alles Donald Schultz. Was ist los, Zora? Du wirkst, als wärst du mit deinen Gedanken wollen, dass... Fang dich wieder! Wir müssen den König und Riko finden. Oh. Oh, Blondine, mal drum. Jetzt fällt's mir wieder ein. Da war noch ein Mädchen. Was, wo? Nein, nein, ich meine auf der Insel, auf der ich lebte. Außer Kairi und Riko gab es noch ein Mädchen, mit dem ich befreundet war. Wir haben immer zusammengespielt. Und glaube ich, das ist das erste Mal, dass du sie überhaupt erwähnst. Stimmt, ich hatte sie komplett vergessen. Ich glaube, sie ging weg, als ich nur klein war. Komisch, und wieso fällt dir das jetzt plötzlich ein? Ich weiß nicht genau, aber auf dem Weg durch das Schloss fällt mir vieles zu ihr wieder ein. Und wie hieß sie? Gleich kommt der Name. Ich erinnere mich nicht mehr. Was wir jetzt nicht, glaube ich, bei... Nach der nächsten Welt. Ich fühle mich ganz mies. Wie ist es nicht von... Äh, hieß es vorhin noch, dass man seine Freunde nie vergisst. Und ich weiß nicht mal, ihr Nahrung... Ach, ihre Namen. Aber was ist los mit mir? Ich kann nicht mal richtig lesen. Zora. Kein Grund zur Eile. Oh, scheiße. Du wirst dich schon mit der Zeit daran erinnern. Wie an alles andere auch. Ja, wahrscheinlich. Okay. Früher oder später wirst du dich an die Namen deiner Freundin erinnern. Noch eine Freundin? Was? Wieso hast du sie nie erwähnt? Wie schon gesagt, er kann sie wohl daran jetzt erinnern. Aber ob das stimmt? Hm, das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Ähm... Das mache ich zuletzt. Halloween-Torn mag ich am liebsten. Das kommt am letzten. Ach, die Musik. Was für ein komischer Ort. Hier ist alles so elastisch und weich. Und auch so warm. Mir ist noch eine Mikkelchen. Müsst ihr euch nicht mehr Sorgen machen? Wer ist da? Kapitän ist nicht. Ihr seid im Magen von Monstrum. Dem Ball. Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio. Pinocchio. Bist du's? Komm raus. Hey, Pinocchio. Bist du doch Jiminy? Mensch, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Du entkommst mir nicht, Junge. Ich bin dein Gewissen. Dein Gewissen sollte dich immer zu leiten, stimmt's? Ja, Jiminy. Ich war auch ganz brav. Während du weg warst. Ich habe nicht einmal gelogen. Man sieht es. Oh je. Ach du grünen und neuner. Ups, aber wie kommt ihr denn in Monstrums Magen? Wir haben uns einen ziemlich ungewöhnlichen Weg ausgesucht. Eine Tür. Ziemlich ungewöhnlich. Ja. So ungewöhnlich, dass wir gar nicht mehr wissen wie. Wie schade, ich habe dir gehofft. Ihr könntet mir und ihr könntet mir und Vater hier raushelfen. Was denn? Puh, einen Anruf bekommen. Was denn? Gebet ist auch hier. Sicher wird sie ihn sehen. Komm mit. Okay. Aber hier gibt es herzlöse Schlüsse. Das andere geht es. Ich muss mal abchecken, wie groß das Feld hier ist. Monstro. Weltkarte. Ja, das ist schon ein bisschen größer. Aber er ist kein Problem für mich. Okay, aber erstmal die herzlöse hier töten. Ah, das wird jetzt lange dauern. Manchmal zweifelig echt ein Donalds Intelligenz. Irgendwie komisch, dass bisher keine neuen Gegner kamen. Ach, jetzt sind die neuen Gegner da. Ach, diese Gegner sind merkwürdige Gegner. Es gibt noch eine Sorte von... Äh, noch eine Gegnergruppe, die jetzt noch hier existieren. Also, wenn euch die hier packen, ziehen sie euch LP ab. Und das ist nicht schön. Gar nicht schön. Und die können sich teleportieren. Das ist auch noch eine beschissene Fähigkeit von denen. Sehen wir mal. Oh, jetzt kommt noch die andere Gruppe. Gut, gut, gut. Ah, Level abbekommen. Da kann man echt gut leveln, merke ich gerade so. Okay. So, so, so. So, so, so. Dankeschön. Neue Kombinationen gelernt. Das sind Zufälle. Ähm. Gesamt wäre 0 oder 27. Also alle 3 0 Karten oder was. Ja. Müsste dann so sein. Oh, endlich vorbei. Mann, oh Mann, oh Mann. Egal wie nichts, haben wir alle Gegner-Sorten jetzt kennengelernt, die hier sind. Oh, Feuer 8. Gut, so kann ich das andere Feuer dann rausnehmen. Karten weg. Ähm. Das hier weg. Karten hinzu. Feuer 8. Perfekt. Geht doch. Warte mal. Hab ich Eis auch irgendwie was? Ne. Okay. Okay, welcher Weg ist der richtige? Oh, es gibt mehrere Wege. Okay. Aber erstmal Schatztruhe. Ja. Mann, ich gucke immer jetzt nach den Schatztruhen nach. Es ist auch wichtig, das zu machen. Man kann eben auch was vergessen. Oh, Monkere Punkte. Feuerklinge, sage ich ja. Es ist wichtig. Und die Feuerklinge ist auch ganz simpel. Die ist wie die Eisklinge. Dann zu können. Äh, Feuerklinge. Ja, das ist nach dem... Feuerklinge. Feuer beliege, andere beliege, andere Karte. Ja, das habe ich jetzt auch gelernt. Gut. Mich schon gewundert, weil ich sie jetzt auch lerne. Jetzt noch den Moki dahin. So. So. Mogri, Mogri. Hier, so ein Setkarten. Dankeschön. Eins, zwei, neun. Okay, neun ist gut. Ähm. So. Hier. Sieben. Ja, es geht. Ja, es... Es ist gut. Hier machen wir davon mal was. Vielleicht könnte ich ja... Ja, Cloud ist gut. Dann willst du mir verarschen. Wie? Okay. Cloud könnte ich eigentlich gut gebrauchen, aber... Im Moment, ähm, brauche ich ihn jetzt nicht so sehr. Ähm. Ich muss mir erstmal angucken, was wir Karten nicht jetzt reinholen kann. Neun und sieben. Neun. Okay, neun. Äh, warte mal. Genau, wieder angucken. Eins, zwei, drei. Karten weg. So, so. So. Karten hinzu. Oh. Okay. Da fehlen mir noch ein paar Punkte. Dann kann ich das auch reintun. Okay, geht klar dann. Geht klar. Hm. Ah, das wird lange dauern. Okay, jetzt noch den Safe-Point dahin. Davon habe ich ja sowieso genügend Karten. Für die Muggles gehen mir langsam die Karten aus. Das ist schlecht. Okay, Muggles-Punkte. Hä? Können wir noch eine 6? Okay. Okay, für den Muggles-Punkte habe ich noch. Ja, okay, geht ja. Noch geliegend. So. Dösen wir mal. Ich habe auch nicht so die Lust, jetzt immer ganz da drum zu kämpfen. Okay, alles leer gemacht. Oh. Okay. Ähm, jetzt mal kurz da rein. Ähm, was soll ich machen? 8 Stunden des Kämpfers habe ich nicht genügend. Hm, hm, hm. Ähm, ich wurde wieder gestört, das ist nicht mehr normal. Ähm, so. Ich räume mir das ganze Feld auf. Okay, alles erledigt. Und ich habe ein Level Up bekommen, habe meine Lebenspunkte erhöht. Ähm, ich habe ein Königsanhänger Level 8 hier gefunden. Ähm, Stufe 8 meine ich eher. Ähm, hier und eins darunter. Hier so. Damit das auch erledigt. Okay, da kommt der nächste Raum, den wir jetzt gleich abfertigen müssen, so gesagt. Wieso ist der jetzt hier? Ähm, schnell erledigt. Okay. Wie viel habe ich jetzt? Ja, geht ja. Warte, wo muss ich jetzt alles hin? Okay, geht klar. Ähm, starke Initiative. Nein, ich habe irgendwie Bock, Stunde der Kämpfer. Äh, was habe ich denn gelegen? Im Raum der Begegnung. Äh, da sind da wenige Herzlosewächter, dass wir machen. Ach, ich mache das einfach. Habe auch nicht so die Lust, die jetzt ging, Herzlose zu kämpfen. Denn sowieso gleich auf Stufe 30. Und wie davor, alles wird jetzt aufgeräumt von mir. Okay, alles erledigt. Und ich habe da eine Karte bekommen. Ähm, Karten hinzu. Ähm, wo ist die denn? Level 9. Die kann ich jetzt nicht reinsetzen, weil ich ja nicht genügend Kartenpunkte habe. Scheiße nochmal. Ja, scheiße nochmal. Okay, ähm, das ist ein Premium-Raum, den ich einfach mal vergesse. Dass es einfach mal existiert. Das ist... Ah, der erste Weg. So. Okay, hier muss ich später wieder hin. Geht klar. Okay, wo muss ich als nächstes hin? Geht klar, Chef. Geht klar. Ich weiß dann wo. Na, 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 na. Seid froh, dass ihr alle Kämpfe rausschneidet. sonst wenn die die man dort hat die rechte man lust hier zuzugucken weil es ist einfach mal es ist schon geil die kämpfe aber es ist ein langatmige kämpfe und vorigen letztlich habe ich ja alles wirklich gezeigt und hier schneide ich die das erklärt warum ich gerade bei part 6 bin und schon fast am ende ja fast am ende ist voll also der ersten bei der ersten hälfte schon ach ich mache einfach das hier jeder mensch angreifen sind die geschwächt ist gut dann also wir sehen uns gleich wieder okay alles erledigt das dauert ja nicht mehr so lange ich habe ein paar neue karten bekommt wie ihr seht jetzt paar neuer karten und paar siebener und alle fünf war so rausgenommen die ich nicht brauche oder eine feindes karte bekommen die wo ist sie denn die hier so trainiert den wert 2 von ladezähler keine ahnung was das heißt vielleicht weiß eine meiner zuschauer dass dann freue ich mich da wenn ihr mir das sagen könntet hier gibt es eine karte mit 2 geht klar ach das sind so viele kämpfe die ich rausschneiden muss eine karte mit 0 habe ich eine karte mit 0 ja schwache dunkleid zu glück habe ich die sonst müsste ich ja ein paar mal kämpfen ok ich habe mir die freiheit genommen alles hier zu töten was mir in die quere kommt es muss 0 haben ok habe ich ach so okay dann habe ich wohl alle räume ok wie sind es bei der tür wo es beginnt also bis gleich ok weiter geht's echt toll wenn mich alle kämpfe rausschneide ist es gerade das video 14 minuten lang ja 14 minuten lang ist das video nachdem ich alle kämpfe rausgeschnitten habe obwohl es davor 40 oder so geht ja die bettung ja so viele kämpfe waren es leute potzpitz das ist ja die mini grüße wie seid ihr denn hier reingekommen gute frage gelandet wie landet ein uhrmacher im magen eines balles das ist eine lange geschichte wir haben zeit wir haben zeit du bist also in seel gestochen im pinakio zu suchen und monstern hat dich verschlüpft das war es wert denn ich habe meinen sohn gefunden aber jetzt kommt ihr nicht mehr raus stimmt muss furchtbar sein in monstres magen festzusitzen so viele magensäure hauptsache pinakio und ich sind zusammen ohne ihn kann ich nicht leben es gibt doch nichts schöneres als liebe als in liebe fein zu sein mir geht es genauso geppett mir ist egal ob ich hier verstecke solange nur pinakio da ist er so ein lieber junge aber er schwindet immer noch doch mit etwas hilfe von mir ach die mini du machst dir zu viele sorgen obwohl pinakio wo steckt er eben war ja doch noch da wusste diesmal hin wahrscheinlich auch auf erkundung zugang die junge hat schon fast jeden quadrat zentimeter von monstern erforscht auch sein arschloch oder wie dann verrückt mir nicht warum und sein penis ich habe ihnen gesagt dass das gefährlich ist aber vergebnis diese puppe ist auch schwierig zu haben wenn ich bitten darf ich weiß ich weiß wie sollen wir helfen ihn zu finden stimmt na dann mal los leute jeden quadratzentimeter achten scheiße war sein schwanz muss leiden ok das ist bonus immer die kisten mache ich nicht auf weil es können da irgendwelche kämpfe rauskommt ich habe momentan die schnauze voll von kämpfen welche von den war es jetzt glaube das war da unten da der hier ich hoffe mal wenn nicht dann noch dann muss ich extra so weit den weg gehen ich hoffe es bitte ich bitte sei es dankeschön ok dann muss er jetzt in die ganzen weg dann hoch und danach ein cut machen und danach geht es mit den nächsten weltweiten ich habe es wirklich jeden part eine welt zu schaffen ach ja jetzt kommt der post weist du weißt doch dass sich bett und sorgen macht wenn du hier allein rumhörst jimmy war auch besorgt es tut mir leid besser was machst du überhaupt hier suchst du was ja ich suche einen schatz du lügner du nicht schon wieder aber die mini sei nicht so streng mit dem kleinen jimmy wir sprechen die halt nicht böse zu wenden dafür willst du uns deshalb nicht sagen hab keine angst sagt uns die wahrheit vertraut guffi ja vertraut guffi ich glaube ich auch ich würde auch gut vertrauen ich habe einen ausgang gesucht vater sagt er sei glücklich aber es ist meine schuld dass wir hier sind ich hätte nicht weg laufen dürfen ich möchte dass vater wieder in seine werkstatt kommt aber wenn ich ihm das sage macht er sich nur sorgen alles klar deshalb musst du also nicht du hast alles getan weil du deinen vater liebst jetzt musst du nur noch mutig sein was sagt die wahrheit mit etwas mut schaffst du das wenn du ihm sagt wie du dich fühlst hilft er dir sicher einen ausweg zu finden und wir helfen dir auch wirklich ihr helft uns ok ich versuch's drückt mir die daumen jimmy und keine und keine geheimnis krimmerei mehr einverstanden klar ich werde vater immer ehrlich sei ehrlich sagen wie es mir geht diesmal werde ich werde ich nicht liegen klasse dann wächst auch deine nase nicht was ist los jetzt kommt da was ich habe eine ganz und ist ein ganz ungutes gefühl knocke laufen jetzt kommt der kampf den boss verteidigen wo bist du hilfe ich bin gefangen hat er ist in diesem magen da drin also hier was diesen boss hat habe ich immer gehabt weil man wenn man auf der magensäure ist schaden erleidet ich brauche diese grüne karte von ihm ok so 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 ja leckt mich so jetzt ist jetzt kann ich auf dem einfach auf dem wasser herumgehen ohne irgendwie schaden zu bekommen und ich zeige euch mal kurz die feuerklinge nichts besonderes ist wie die eisklinge hier hat seine fresse irgendwie auch ok hier magie wartet ok weiter geht ich habe gerade eine geile nachricht erfahren das werde ich dir gleich hören von mir ja ach leck mich du kannst sowieso nichts jetzt machen ach komm ich mache einfach mal so tontaube ich verstehe nicht warum das jetzt gerade nicht geht was mit seinen karten sind die alle so stark oder was hey wenn ich jetzt abkratze ist das sehr erbärmlich du Pussy du wolltest mich gerade anspucken egal weg mit dir hallo die erfangen will ich auch hallo hallo danke also die geschichte ist parasit parasitakel ähm so die geschichte ist es gibt unserer gegend räuber also diebe die häuser einbrechen Hilfe ich habe Angst Pinocchio sei tapfer wie gib mich auf versuch dich nach draußen zu kämpfen sei tapfer okay ich versuch's du scheiß was macht er denn in seinen magen ok ich glaube hier alles in ordnung keine ahnung ist alles in ordnung ich klebe bloß ein bisschen aber ich habe eine tolle idee der herzlose hat mich ausgespuckt als ich rabatz gemacht habe das könnte auch bei monstern klappen natürlich mit etwas glück büßet uns monstern aus tolle idee dringen wir tiefer in sein inneres und wie vor und probieren sie aus ich komme auch mit nein das ist zu gefährlich ach komm schon du solltest beide gebetter sein was nützt es um zu entkommen wenn ihr beide wieder getrennt werdet überlasst das uns wahrscheinlich habt ihr recht seid bitte vorsichtig also in unserer gegend gibt es diebe die also genau gesagt braune menschen also wie ich total ausrauben keine ahnung was wir warum sie uns eigentlich ausrauben es gibt bei uns wir haben gold sachen so gesagt und vielleicht sind sie daran interessiert oder es gab schon mehrere fälle ich muss zurück also gab schon mehrere fälle wo sie irgendwie eingebrochen sind und leute ausgeraubt haben also die haben so spezielle leute also es glaube man vermutet dass sie auch tamillen bei sich haben die anderen tamillen erzählen dass niemand da gerade zu hause ist dann gehen diese leute von denen also die heuern so leute an die gehen dann zu den anderen zu den häusern und rauben die aus machen alles kaputt rabatz und so und dann rauben die aus also bei uns haben die unsere tür was versucht deswegen kam er letztens auch nicht rein weil diese spaß dies irgendwas an der tür in unser schloss irgendwas gemacht haben dass unser schlüssel nicht rein ging und das haben wir jetzt rausgefunden dass es aber bei anderen damit versucht wurde aber sie kamen nicht bei uns rein puh auf euch hier verdammten die wir puh weiter geht es nicht mehr seid ihr bereit na dann wollen wir mal ordentlich rabatz machen also jetzt kommen solche kämpfe die ich alle rausschneiden werde es wäre einfach wenn wir jemanden zu kämpfen hätten jetzt kommen die gegner perfektes timing wir kriegen besuch ok die werde ich jetzt alle ausgehend töten oder oh nein ich muss das zeigen weil diese leiste da oben die leiste ist wichtig und man kriegt dafür keine erfahrungspunkte man muss das nur voll bekommen ich weiß nicht ab welchen moment das jetzt eigentlich voll wird aber ich blieb mal ich gebe mein bestes ich weiß es nicht ich mache einfach mal ich kämpfe einfach jetzt um mein leben ich glaube ich muss unter der wochen jetzt kämpfen damit das funktioniert ja leckt mich hier verdammt ach das wird jetzt weniger wieder so ok wieso wird es immer weniger so und gut getackelt ich hasse das ich hasse diese stelle hier ok ich glaube es wird langsam voll hier ok das geht langsam schneller hier ok komm ok komm jetzt ich habe langsam keinen Bock mehr ich werde einfach hier raus ok ich habe das maximum erreicht und der kriege zum buch was jetzt es klappt monster muss gleich niesen oder kann man weiß es nicht und sie wurden rausgekackt ganz okay die kacke war so verwirrend so ekelig dass sie auf dem wohnen aber jetzt weiß ich wie es ist die kanonkugel zu spielen wo sind pinocchio unser vater anscheinend weg sie sind weg sie müssen es nach draußen geschafft haben richtig ohne dich ich dachte vor seinen gewissen gäbe es keinen drin macht nicht so lange es den beiden gut geht vielleicht braucht mich pinocchio gar nicht mehr meinst du das die kleine puppe konnte richtig falsch nicht voneinander unterscheiden aber er hat etwas gebracht er hat es weit gebracht so vielleicht braucht der gmini grille nicht mehr vielleicht kommt er ja ohne mein gesetz gesetzer besser zurecht weißt du nicht noch was die bote gesagt hat es gibt nichts schöneres als in liebe fein zu sein ich werde pinocchio kann es kaum noch erwarten dich bald wieder zu sehen wer weiß vielleicht hast du recht okay dann okay ich kann eigentlich jetzt noch weitermachen weil dieses gerade nur 21 minuten lang okay jetzt geht's weiter ich mache jetzt einfach mal kurz weiter und weil ich muss auch gleich los zur party hey super ist denn nun ist dir noch mehr zu den mädchen eingefallen ja ein liebes in den bruststücke erzähl uns von ihr vielleicht eine sich ja wenn du über sie schluss okay okay sie war eher still und malte fast immer bilder statt zu schwimmen an den strand zu gehen weil sie sie immer nur bilder davon manchmal malte sie auf uns das konnte sie richtig gut ich glaube mich und ich haben immer gestritten wenn sie als nächstes malen soll aber eines tages war sie weg einfach so ich glaube unsere eltern konnten den grund vielleicht haben sie mir sogar erklärt aber ich war noch klein und verstanden auch nicht viel ich weiß noch dass ich weinte als sie weg war mehr nicht ihr name fällt mir immer noch nicht ein bis heute hast du dich dann gar nicht erinnern können weil sie so dann fällt ja auch ihr name bald ein bis jemanden was ist jetzt immer aufgefahren so erinnert sich an dinge statt diese vergessen vielleicht muss man dinge vergessen um längst vergessen ist zutage zu fördern du meinst man muss vergessen um sich zu erinnern hatte da anfangen die spiel ist so unerklärter kapuzen man dann stimmt es ja was der man in der schwarzen kutte gesagt hat unsere wertvollsten erinnerungen liegen tief in unseren herzen verborgen außer reichreich und dann das die rede vom finden durch verlieren und verlieren durch finden zuerst habe ich es nicht kapiert aber vielleicht hat er ja das gemeint das ist nicht fair warum erinnerst du dich dann der rest von uns an nichts hey gut wir vergessen nicht wir vergessen schnell genug also los behindert diese bindet im kopf sie nur woran du dich als alles anders bald fällt ja auch ihr namen da und du konnte ich mich doch bloß wie du an verschüttelte verschüttelte erinnerungen erinnern was so keine kommunikation so was erinnerungen keinem auf enorm wie geplant mal sehen wie weit unser junge gehen wird meinst du es ist zeit für eine neue runde nur wenn ich an der reihe bild du hattest im ersten geschoss sein deinen spaß habe ich jetzt das für den genieß schlampe zu kämpfen oder wie und vergisst nicht dass sie dass wir ihnen in einem stück abliefern sollen gut aber wer sagt dass ich nicht zuerst ein bisschen mit ihm spielen aber nämlich nicht zu hart dran die schlampe will es hart haben entdecke ich deine spur von sanft mut er ist im teil einer von uns ich werde das spielzeug nicht zerbrechen achsel ich will bloß spielen ich bin ja nicht dumm dann kann eine warnung ja nicht schaden vergisst nicht dass zora der schlüssel ist wir brauchen ihn wenn er die organisiert wir brauchen ihn wenn wir die organisation übernehmen wollen dann weißt du also bescheid aber behalts für dich bis die zeit trifft achsel spielt dann spielt eine besondere rolle in dieser in diesem teil auch du hättest diesen rat beherzigen sollen maxi achsel hat eine wichtige rolle das werde ich dir noch später können und so war ist dir der name deiner freundin schon eingefallen nein aus irgendeinem grund kann ich mich einfach nicht an ihren namen erinnern das macht dich doch sicher ganz verrückt du erinnerst dich bringt aber keine namen damit den zusammen haben ach genau okay und es ist nicht furchtbar wenn einem etwas auf der zunge liegt ja wenn du mich fragst fällt dir bald der name deiner freundin ein okay es geht im nächsten part weiter mit der nächsten stadt tschüss